Wir sind wieder zurück bei Altes Live und hier geht gerade ein Übergang von Stratten. Überfall. Was? Hä? So Leute. Ich verstehe kein Wort, Alter. Müsste die Effekte mal lauter stellen. Sir, reden Sie nicht so mit mir, ja? Vorher kennst du den Namen. Ja, okay. Ja, weiß nicht. Ich hab so mein Handy, ne? Da gibt's so eine App, ne? Und da kenn ich diesen Typ von der Stimme. Sie kennen meinen Namen nicht. Sagen Sie dir nur mal meinen Namen. Alter, du hast ihn angeschossen. Sagen Sie dir nur mal meinen Namen. Ich bin ein ganz normaler Kerl. Hören Sie, ich bin ein ganz normaler Kerl. Das hat alles keinen Sinn. Ja? Hä? Haben wir jetzt schon die Sachen, die wir brauchen? Leute, Dali, 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 Dali. Wir brauchen den anderen noch. Mann in Unterhose. So Leute, jetzt war mal ein bisschen Rambazamba hier. Rambazamba. Ich hab jetzt keinen Bock hier die ganze Zeit zu warten. Ich hab schon den, äh, Boboforx, hab ich schon die Schlüssel gegeben. Ne, einen brauchen wir noch. Ja, von mir, den, der küft ist im Helm und so. So, warte mal kurz. Ihr haltet jetzt alle wie Schnutt. Hä? Du gibst jetzt den Schlüssel, ansonsten töten wir dich. Hast du verstanden? Ich durchsuch jetzt noch einen, Mann, und bist du tot. Aber noch Schlüssel raus, hier, komm. Bobo, boobo, boobo, boobo. Kannst du dich jetzt noch rette, mein Freund? Aber noch nicht schießen, Bobo. Warte erst. ich gucke auf seine hose also das schon prachtkerl da drin in der hose und wäre doch schade wenn du den verlierst oder deinen langen lümmel da so ich bin vom lspd wer natürlich was ist denn ein schlüsselmuskeln an ihrer hand an sie wenn sie den blödsinn jetzt aus jungs entweder oder hier mein freund nutella brot oder butter damit leben mein freund haben sie mal gucken sie mal blut eine hose das reicht mir aber nicht sie müssen erzählen an information da oh das war falsch so ihr zwei kommen mal kurz mit wir richten den einen typen hin und wir knacken den anderen ok wir müssen den mord verhindern wir sind was gute wartet 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 ich glaube an das gute ich glaube an das gute soja bobo wa wir geben jetzt bitte den schlüssel ich durchsuche sie jetzt noch kurz der curry und ich werden das dann machen bobo du kannst deinen rest machen der curry und ich übernehmen das dann sicher schießen ich hab sowieso schon dran morde ja ja aber wir machen das wir müssen ja auch mal blut lecken ne blut lecken vor allem so jung komm curry wir retten den alter du willst doch nicht in den himmel verschwinden wir sagen wir bringen ihn um aber wir lassen ihn laufen ich komme mir in die hölle komm mein freund ja wir machen das schon also kümmert ihr euch um den bis um das business hier damit das schneller zur sache geht so warte der gibt mir schlüssel der warte auf seinen kollegen den flügel den jetzt machen wir ihn ab ja mach dir mal los bobo wir kümmern wir curry und ich machen das schon so warte warte nicht schießen nicht schießen nicht schießen nicht schießen bobo 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 nicht schießen wir wir machen das schon immer mit der ruhe mein freund ey kollege legen sie mal bitte ihre waffe weg so bobo der curry und ich nehmen den mit und verscharen den hinten im wald komm mit komm mit mit komm folge uns hopp hopp ich bin verletzt mal ein bisschen schneller los 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 bobo kümmer du dich mal darum dass das hier zur sache geht wir machen den rest jetzt jetzt gibt doch mal gas hopp was haben sie denn für ein problem hier warum humpeln sie denn rum eine einschusswunde ins bein ach komm los wir brauchen eine schöne stelle curry hopp 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 wir retten ihm sein leben jetzt komm mal wir lassen ihn gehen was willst du denn sagen ja der soll einfach wir sagen der ist bobo wir machen das schon wir brauchen keinen aufpasser vertrau uns knack du mal den truck da wir machen das schon macht ihr die sachen hier fertig damit wir nämlich hier fertig werden wir haben auch den ganzen tag zeit komm mit 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 hopp hopp tach ja ja putt putt hier guck mal hier ist der zucker hopp hopp ran auf den meter komm mal ran auf den meter hör mal da der onkel doktor hat eine spritze für dich ne lauf weiter weiter laufen nicht stehen bleiben ich hab grad geschossen ja ich war das ich war das ein bisschen ärger machen weißt du wir machen das schon wo alles gut alles super schön 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 so ziehen wir den anderen noch kurz ne wasser für unseren kollegen schön weiter laufen schön weiter laufen ja ja wir sind wir machen wir kümmern uns hier um die um den Typen wir verscharen den im wald hopp hopp so sieht das gut aus komm mal her komm mal ran auf den meter komm mal her komm mal her komm mal her komm mal her komm zu mir komm komm hier hin wo ich jetzt stehe ok hör mal zu alter folgendes wir lassen dich jetzt gehen ja wir gehören dich zu den humpels aber du musst das jetzt so machen dass es keiner bemerkt hast du verstanden aber er soll uns die munition für seine waffe geben ok aber tu mir einen gefallen gib uns die munition für deine waffe von deine waffe und renn einfach weg ein zammack ist voll mit öl ok ok beeil dich beeil dich beeil dich beeil dich go 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 nein nein wir retten dein Leben man wir sind die guten go du hast dir in die hose gekackt vor angst ey das tut mir leid ok leh ich hin und hau jetzt einfach ab aber renn so guck mal renn so hier an die büsche lang dass man dich nicht sieht von da hinten ja rüber da soll ich scheiße nicht aufnehmen doch geht das so und ich mach jetzt einen fake schuss dann sieht das so als ob ich ihn umbringe ok ok ich kill ihn jetzt ok hau ab alter hau ab hau ab man was macht der denn jetzt hau ab he Til 100 ah lass ihn ok щuer renn einfach weg geht er jetzt verwundet man der ist doch eh verwundet man alta du brauchst noch 5 Jahre bis zuểuerem Steinen guckdy wir haben dir das voll gerettet er verdustet jetzt wahrscheinlich im der wildnis sein 礙 es was hast du ja wo bo wir waren so offen jetzt in einem typ er hat nen trg soll der typ ist tot ist ernsthaft ach so ok der nächste pass auf Der Bobo ist unser Endgegner, Curry. Der ist der Oberfiesling. Den müssen wir am Schluss aushebeln. Wir klauen dem Bobo gleich die ganze Knete. Hast du gehört, Curry? Ja, mach du mal. Ich gehe jetzt mal bitte hinter den Typen. Ja, okay. Ich entfessle den, er leg die Waffe auf den Boden, soll ich ja die Waffe ziehen oder zu uns ziehen. Er knallt. Alles klar. Sollen wir den auch retten? Ich würde mich so kaputt machen, wenn da eine gleich so abgekrüppelt kommt. Wir sollen, er ist auch wieder aufgestanden. Okay, hey Jungs. Keine falsche Bewegung. Tut mir einen Gefallen und leg deine Waffe einfach hin. Ich kann das ja noch nicht. Ich will keine Waffe auf den Boden. Okay. Wir richten die Waffe einmal auf uns, dann sind sie sofort tot. Ich bin ja wissen, was aus dem Kuppel geworden ist. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Okay. So. Nein, nicht fesseln, wir kümmern uns drum, wir machen das. Bobo. Kümmere du dich einfach ums Geschäft, Mann. Wir sind hier die Leichenscharrer. Was macht er denn jetzt? Okay, wir nehmen den mit. B Geht drin, bitte, bitte. kommen sie mit oder frau kommen sie mit kommen sie mit kommen sie mit wo macht er denn jetzt kommen sie herr wir müssen uns auch noch um den typen kümmern da kommen 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 wir haben ein schönes bobo kümmer bobo haben immer zu kümmert ich mal darum dass das langsamer hier fertig wird ja wir kümmern uns um die person noch die wird nie wieder einer wiedersehen mit kommen los sag ich sag ich sag ich hat also mal zu bringen sie ihr leben daraus ja wenn sie mit mitspielen laufen sie weiter laufen so weiter los du drecksau sagt 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 man 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 wir töten alle mann lasst uns das machen wir machen das bobo gehen sie weg wir machen das vertrauen sie uns doch immer weiter laufen sehr gut sehr gut sehr gut die retten eine nach dem anderen kremen wir sind das gute wir sind das gute mann also passen sie auf sie gehen jetzt sie gehen jetzt gleich dahinten um die ecke um die ecke hier und dann laufen sie dann laufen sie einfach weg okay also so schnell sie können und aber bitte aber bitte so dass man sie nicht sie ja weil wir sind nämlich undercover agents wir sind undercover agents von von altes polizei das weiß nur die polizei nicht und deswegen retten wir die leute also ne und der bobo wird halt hochgenommen von uns jetzt sagen also hier gehen sie jetzt lang aber ich tue es fake schüsse machen also sie haben nie sind gestorben jetzt offiziell sind jetzt offiziell nach hause machen sie es gut die nächste tricks auch tot es ist erledigt wir haben zwei leben gerettet einer weg also zumindest die sterben jetzt da hinten irgendwo gleich viel über die helikopterlinie ich habe keine munition mehr wie sieht es aus alles klar okay scheiße ich habe keine munition mehr wie sieht es denn aus mit ihm ist gut hier hat jemand munition für trg waffe was hast du für munition ich brauche für 556 glaube ich 556 habe ich ja aber ja kannst du was geben für euch ihr dürft den typen nicht töten wenn er kooperiert das ist gegen die regeln oh scheiße scheiß drauf bobo man wir dürfen das schwer wir regeln das schon bobo macht ihr da mal keine gedanken drauf rum also straft hat begann so okay wie sieht es aus jungs bobo wie viel kralle wie viel man ist unser endziel ja da werden wir sie hochnehmen die schweine so okay weiß was lustig ist ich habe ja vorhin in letzter folge mit jemandem geschrieben hast du gefragt mir hat jemand 25.000 euro überwiesen ja auch ich habe ich habe der polizei geschrieben ne ja ich habe gesagt dass ein putsch und die sollen kommen weiß was sie sagen wir haben leider zu wenig leute können ihr nicht helfen ja ist doch gut jetzt da genau die weg die am besten direkt bei seine tür klopfen welcher tag ist das linke man auch scheiße der hier steht ist er schon draußen weiß nicht guck mal wo ist der hallo was soll es denn unsere wobei curry uns geht es ja nicht um die mani oder uns geht es ja ums gesetz wo ist der typ ist das der hier draußen ein ist das hallo hallo ist ja doch das ist ja wie geht es ihnen so als erstes das ist überfall legen sie mal bitte ihre knarre auf dem boden sonst gibt es ja noch tote ja zack ich auf dem boden damit zack ich so alle munitionspäckchen auch toll ich habe eine neue waffe guck mal runter mit der waffe kollege runter mit der waffe ich zähl nicht mehr mit drei wo ist die knarre ich wollte die waffe nehmen ich habe keine munition mehr kollega bitte legen sie mal ihre waffen boden wo ist die waffe hat er dir die schlüssel gegeben jetzt reizt bobo ich blicke gar nicht mehr durch was keine ahnung ich weiß nicht was er manchmal sagt ich verstehe es die bullerei ne doch nicht so sanitäter wie geht es ihnen so reden sie mit mir wie geht es ihnen mann 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 wir sind die leichten typen können nicht entfesseln so reden sie damit uns wie geht es ihnen alter so leute die waffen ab und ich nehme die waffe dann ok nein es kommt leider vor heute in unserer gesellschaft hier war es das denn da vorne gesellschaft der bodo der bobo der cloud ist einfach um die waffe bei die homo soll ich auch denn ist sorry da war der falsche sie haben wir nichts gesehen hast du mir leid bobo ich habe etwas falsches gemacht ich gebe das geld zurück ich wollte eigentlich den kollegen überfallen und wenn die waffe auf dem boden liegt ist meinung wie schlägt man denn steuerung gehen okay sobald er um genug ist sobald er die waffen boden noch den bobo aus ja 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 legen sie die waffe hin zu alles wird gut er filmt auf dem boden und verwandt gucken was macht er denn jetzt macht er denn jetzt macht er denn jetzt macht er denn jetzt waffe auf dem boden waffe auf dem boden saar war auf dem boden zack isch will geschossen bist du gestorben ich bin tot die haben mich umgebracht aber nicht töten ich werde wieder geholt das gibt eine rache plan vom feinsten das gibt eine rache plan vom feinsten sind die jetzt sind jetzt beide tun das ist unfassbar ja ja leute was daraus wir sind in der nächsten episode von alt ist das gar nicht mal ich habe ihn zwar nicht so weggeschickt weißt du habt ihr gesagt er hat dir nichts gesehen und jetzt kommt er wieder ja bis zur nächsten folge